Musik 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 Einfach um den Bayer rum. Ziemlich links halten. Und rechts rum. Wolfgang Halpern. Wolfgang Halpern. Stopp! Ja! Versteckt es nicht? Stopp! Die wird wegen mehr Gas, dass die Drehzahl wegen der Erhöhung ist. Ich glaube, wir müssen den aufziehen, oder? Du kannst du hin und weg, wenn ich hätte ich gedacht. Dann hast du den vollspritzt an der Brust. Na! Draadlenker! Wenn du Gas gibst, dann schmiert er hinter weg. Alle sollen nach hinten drücken. Olli, komm mal her! Dann machen wir das auch noch weg auf. Ja! 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 Ja. Ja! Das geht doch nicht mehr, oder? Schlag ein wenig hinauf. Zieh'n ein wenig. Kein Gas, kein Gashebel. Nicht, nicht, ich sehe es nicht. Stopp! Stopp! Dann geh' ich jetzt zurück. Stopp! 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 Notp! Stopp! Sollte das war jetzt langweilig jetzt müssen wir die irgendwo da versenken wo die winter wirklich braucht weil da hätten wir da hätte man rausschieben können oder das war nicht aktiv weil es jetzt die dritte aktion ja mit abschleppen oder winden wo ihr aufnehmen wo jedes mal bloß 10-15 cm und dann ist es schon wieder frei das ist langsam unglaubwürdig so 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 so